Hallo liebe Freunde Schlagerbox, wir befinden uns hier in Koblenz am Deutschen Eck. Dort ist die Mosel, dort ist der Rhein und in diesen Rhein müssen wir gleich auch rein, damit wir pünktlich am Samstag den 13.6. in Düsseldorf ankommen. Dort gibt es nicht nur die längste Theke der Welt, sondern auch das spektakulärste Schützenfest Deutschlands und dort werden wir die Bühne rocken. Wir sehen uns am 13.6. in Düsseldorf. Bis dann!